Das Airlines besonderen Wert auf das Outfit ihrer Besatzungen legen ist bekannt. Die neuseeländische Airline Air New Zealand setzt jedoch noch einen drauf. Hier werden die Outfits bis ins kleinste Detail designt und bevor es in den Flieger geht, wird jedes Besatzungsmitglied im Closest Hangar erstmal gestylt. Hier muss dann das gesamte Auftreten passen und bei der Kleidung achten die Designer wirklich auf Details. Bunt und stylisch muss es sein und wenn man genauer hinsieht, findet man zahlreiche neuseeländische Elemente wieder. Also ein echter Hingucker, so macht Fliegen dann doch Spaß. Die Outfits der Besatzungen bei allen Airlines ein Aushängeschild.